Was ist denn da? Was ist denn da? Kopfgeld zielgerichtet! Schnapp es euch! Also, ich mein mitten auf dem Kellermann, wo bist du? In dem Teller! Ah, ich auch, nein! Ich schille ich da drüben! Ich weiß nur, dass der Kellermann, wo er ist, oder? Ja, ist klar! Komm! Fico kommt da, Fico! Ja, hast dann keine Ahnung, komm mal los! Da bin wir! Na, komm! Oh! Da müssen wir noch mal die Basics machen!